damit liebe freunde auf youtube willkommen zurück zu highrise city weiter geht's mit unserer stadt wir hatten ja für die die es noch nicht mitbekommen haben einen kredit aufgenommen von fünf millionen den wir noch abbezahlen müssen haben damit eine komplette industriegebiet hier auf vordermann gebracht und uns das land hier gekauft das schöne stück land hier und jetzt müssen wir erst mal gucken dass man weiteres plus von eiern getreide wir brauchen noch mehr getreide brauchen aber dafür auch hier wir wollen genau das war es wir wollten hier den getreidehof weiterbauen da geht auch nicht hin und da geht ja 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 ich will nur die straße dahin setzen so und dann setzt an denen dahin es fehlt ein zielstein es fehlt an ziel steinen nein warum das will ich auch nicht ich brauche ziel steine hallo ziel steine kommen müssen später machen wir müssen unbedingt müssen damit machen an den zieht ich glaube kann man produktion verbrauch das einige eigentlich läuft das ist denn die los was ist denn hier los lass mich mal gucken hier das ist wenn wir davon hier noch eine hinbauen so ich habe keine 500 jetzt sind die obdachlosen hier unten ja dann müssen wir auch häuserchen bauen hallo hallo das stimmt aber nicht ne das haus gehört hier nicht hin ja 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 achtung achtung auf der beethovenstraße steht ein haus auf der beethovenstraße steht ein haus achtung kann schön abreißen Ich wollte nicht die Straße abreißen Ich wollte das Haus da abreißen Jetzt krieg ich da noch keine Straße hin Ernsthaft Leute, ernsthaft Was ist denn wenn ich die nochmal abreiße Die muss ich doch Irgendwie jetzt da Da war sie doch Ist doch nicht wahr Ist doch kacke ist das Ich will jetzt auch nicht die Schule abreißen Ist wenn wir die hier abreißen Es gibt einen Mangel an Obst Ach so rum funktioniert Aber andersrum nicht oder wie Spiel Machs mich fertig Da bräuchten wir Eisen und Steine Da bräuchten wir nur Steine Spiel gespeichert Spiel gespeichert Wir könnten schnell den zweiten Betrieb hier aufbauen Wir könnten schnell Weil das müsste dann funktionieren Ach hier die Straße ist jetzt auch weg Ja danke Hallo Was ist denn jetzt hier mit dem Spiel los Wieso geht das denn jetzt nicht Das ging doch vorhin noch Ich will doch nur von dieser Kurve hier Eine Straße hochführen Kann doch nicht so schwer sein So Wurde auch direkt umbenannt Also Sven's Zwiebelliebe Fertig Insider wissen jetzt Bescheid Insider wissen jetzt Bescheid Sven's Zwiebelliebe Sehr schön Sehr schön Was braucht man denn noch Was braucht man denn Obst hat man gesagt Eine Produktion Verbrauch Gemüse auch Mehr Weizen Ist jetzt oben Also Obst und Gemüse müssten wir hier noch hinbauen Wasser hat der auch Das heißt wir brauchen Obst Ach da ist die Stadt Alter Ernsthaft jetzt Da ist die Steigung zu groß Das ist wenn wir hier in die Mitte reingehen Das geht ne Bauen wir den da hin Dann könnte man da nochmal Gemüse anbauen So Obst und Gemüse haben wir Obst und Gemüse haben wir Sehr schön Wunderbar Und Holz haben wir auch Plus machen wir auch noch ein bisschen Oh mir hauen die Leute ab Mir hauen die Leute ab Dann müssen wir hier gucken Das war hier mal So Mecker nicht rum Die Leute müssen auch irgendwo wohnen Ich habe fast 1000 Obdachlose Die müssen irgendwo hin Die müssen irgendwo hin Guck mal 658 Obdachlose 0 Arbeitslose Sehr schön Sehr schön Aber da kommen gleich neue dazu Da kommen gleich neue zu Das läuft Dass das Die Backwaren Und der Freizeitpark Wobei ich habe ja hier einen Freizeitpark Was sie bräuchten Eventuell Wäre Ein Kino oder so Kino Stadtpark 50 Zielsteine Wir brauchen noch mehr Zielsteine Wir brauchen mehr Zielsteine Da führt kein Weg dran vorbei Es fehlen Arbeiter Ok dann müssen wir halten Noch mehr bauen Spielstand gespeichert Das Spiel ist gespeichert Das Spiel ist gespeichert Wir brauchen Zielsteine Wir brauchen Zielsteine ohne Ende Wir haben hier immer noch Ernsthaft Wie viel Arbeit Da nicht Da fehlen auch überall Arbeiter Wir brauchen Arbeiter Wir brauchen Arbeiter Ich muss die Zielproduktion Ich muss Irgendwie müssen wir die Zielproduktion Voll in die Höhe treiben Wo bringen die die hin Die Zielsteine Wenn sie die abholen Wir müssen mal gucken Wo der hinfährt Weil wenn der zum Lager fährt Dann bauen wir hier ein Lager hin Weil das würde mich jetzt interessieren Wo der hinfährt Weil wenn er hier in die Dings fährt In die Spedition Das Lied Ich weiß nicht warum Aber dieses Lied hat es mir wirklich angetan Und ich kann euch nicht sagen Woran es liegt Wo fährst du hin Du fährst nur zur Spedition Ja Der fährt nur zur Spedition Okay Was ist denn wenn wir hier Eine große Spedition reinbauen So Dann bauen wir hier eine große Spedition rein Dann bauen wir Bäckereiprodukte sind Mangelware Ja ich weiß es Ich weiß es So Wie sieht das hier aus mit dem Lehm Eins Zwei Würde ich noch hinkriegen Hier auch noch quasi So ne 100 100 100 100 Da ist auch noch 100 Das heißt Da wäre auch noch 100 Irgendwann mal Wir brauchen hier eine Spedition Oder mehr Ziegelwerke Eins von beiden Eins von beiden brauchen wir auf jeden Fall So jetzt können wir hier mal nach den links gucken Mehl haben wir Da ist Da müssten wir dann mehr machen Wir müssten nur eine Mühle bauen Und noch eine Bäckerei Eine Mühle Die bauen wir dann hier hin Daneben bauen wir eine Bäckerei Dann müsste das hier auch funktionieren So dann machen wir das Dann wehrt man die Straße auch auf So Die Spedition fahren alle Brauchen die immer noch arbeitslose Arbeitskräfte Ne 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 Nicht mehr Das Spiel ist gespeichert Das Spiel ist gespeichert Dann könnte man nämlich jetzt hier weiter bauen So bauen wir den Stern Auch ein paar Wohnhäuser hin Dann bauen wir auf der anderen Seite Hier noch ein paar Büros hin Wobei ich bin schon überlegen Gemüse Was sagt das Gemüse Brauchen wir auch mehr Das müssen wir sowieso bauen Dann würde ich den nämlich abreißen Dass wir hier noch die Büros hinkriegen Dass wir die so langsam mal wegkriegen Hier Dass die mit alle hier hinkommen Gemüse 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 Ist da Ist genau die Grenze Oh ärgerlich Ärgerlich Brauchen wir ihn da hin Dann bauen wir ihn da hin So So Das passt Es fehlt an Büros Genau das habe ich nämlich befürchtet Dann können wir hingehen Hier unten noch welche hinbauen Sind die Zielsteine Die Zielsteine Die hauen so rein Da müssen wir gucken Dann müssen wir irgendwas müssen wir da machen 30 obdachlose 200 arbeitslose 220 Wir brauchen Büros Kann ich hier keine Büros hinbauen Doch eigentlich doch schon Dürfte doch nichts passieren Oder Wir probieren es einfach Wir probieren es einfach Weil wir hier zwischen Einfach Büros hinbauen Wir werden es ja sehen Was sagt das Wasser Haben wir noch Produktion, Verbrauch Strom haben wir auch noch Ein bisschen A Lidl Beat A Lidl Beat Strom 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 Da ist meine Bank Dann haben wir noch Gerichtsgebäude Ja Und das Forschungszentrum Werden die verkaufen Lass mich mal gucken Ne Werden sie nicht Produktion, Verbrauch Wir müssen mehr Getreide Wir brauchen mehr Getreide Aber sowas von Lärm ist zu hoch Das war aber vorher schon Wegen dem Spielplatz Also brauche ich mir da Keine Gedanken machen Das war vorher schon Wegen dem Spielplatz 66 Ja Das war vorher schon Wir müssen gucken Wir brauchen hier Zielsteine Wir müssen Irgendwie müssen wir das hier Komplett ändern Wir müssen die Straßenführung Hier Irgendwie Da kommen noch Lehmgruben hin Heißt ich könnte hier auch noch Zägeleien hinbauen Da ist Null ne Bauen wir da noch Drei Zägeleien hin In der Hoffnung Dass das dann reicht In der Hoffnung Dass das dann reicht Arbeitslose, Arbeitslose, Arbeitslose Noch mehr Arbeitslose Sehr schön Dann brauchen wir hier Getreide Dann brauchen wir noch Getreide Es mangelt an Fisch Ja Getreide Getreide Bauen wir da noch Zwei Getreidefelder hin So Was sagte der Fisch Könnte man da noch Produkte sind mangelbar Ja Produktion Verbrauch Ja Dann müssen wir noch ein paar Fisch Dinger bauen Fisch 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 Da ist Wir brauchen auch hier noch eine Spedition So Da bauen wir Hier müssen Spedition rein Hier müssen Spedition rein Definitiv Eins Eine kann ich ja da hinbauen Neben das Kraftwerk Dann bauen wir da noch eine hin So Die bauen wir auch so hoch Verbrauch Konsumgüter pro Woche 0,001 Bier Spielzeug Und Bücher Mehl Mehl Das läuft Getreide Produktion Verbrauch Produktion Verbrauch Produktion Verbrauch Wir brauchen noch mehr Getreide Wir brauchen noch mehr Getreide Wir brauchen noch mehr Getreide Die bauen wir dann nachher auch um Die sollen ja auch nur noch hier quer reingehen Ne Aber das machen wir nachher Arbeitslose 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 80 71 Kann ich mir leben Freie Form Dann geht hier dem Stau unten lang Ne Dann kann ich da Berufs hinbauen Und hier könnte ich eigentlich Die Straße rein So eine kleine Stichstraße Wenn ich hier so reinbaue Irgendwie Irgendwie So Borschi so da rein Dann haben wir das nämlich auch schon Spiel gespeichert Sehr schön Ich baue ja schon Ich baue ja schon Ich baue ja schon Das haben wir das haben wir Die laufen auch alle Ja Ihr braucht ne Du müsstest leer gemacht werden Es gibt einen Mangel an Fisch Immer noch Na Mensch Produktion verbrauch Okay Wird aber ich glaube Fisch verkaufen werden Fisch Auch nicht Auch nicht Auch nicht Auch nicht Ich glaube wir brauchen hier noch Echt noch ein paar Speditionen Das ist ein schönes Gebäude geworden Acht Hm Ist die Frage Wo bauen wir die hin Wo bauen wir die hin Da brauchst du auch 10 Steine für An der Kirche Schon wieder So Dann würde ich die nämlich hier komplett runterführen Die Spedition die würde ich da oben auf die Ecke irgendwo setzen Und dann müssen wir mal gucken Dass wir hier die Straße So eine richtig fette Autobahnstraße Irgendwie hier lang kriegen Ob da lose Wir haben keine Ziegelsteine mehr Wir haben keine Ziegelsteine mehr So das Können sie die abholen Dann haben wir das Das läuft Das läuft Hier können wir dann weiter Platz schaffen Hier wird gearbeitet Bis zum geht nicht mehr Das Müllkraftwerk Braucht Müll Das Müllkraftwerk Braucht Müll 250 Tonnen Zumindest 250 Einheiten Haben wir da Nicht viel Ich finde es auch herrlich Du hast hier die Müll Das Müllkraftwerk Hier hast du die Mülldeponie Hier sind die Fischereien Ich weiß nicht was die da verbrennen Oder was die hier aus dem Wasser ziehen Aber gesund kann es nicht sein Definitiv nicht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.